hallo und herz Herzlich Willkommen Leute, mein Name ist Kusche und in diesem Video möchte ich mit euch die ganzen neuen Leaked Skins angucken, die wir jetzt die Tage im Shop sehen werden, beziehungsweise die wir eben hier im Battle Royale bekommen werden. Ich bin dazu auf die Seite fnba.co gegangen, slash icons, aber wir gehen gleich auf was anderes, also Fortnite Battle Royale.co und es gibt verschiedene Seiten, wo ihr immer wieder die geleakten, also die Data mein Skins seht, mal abgesehen davon, dass sie auf Twitter und so auch gepostet werden und ich dachte, wir gucken uns die alle mal miteinander an und ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, ganz wichtig, welche ihr davon gut findet, auf welche ihr euch freut und wie immer, lasst ein Abo da, um mich zu unterstützen. Vielen lieben Dank dafür! Ich würde sagen, wir gehen direkt mal V um und gucken uns die Upcoming Items an, also was wir bald hier so bekommen. Wir bekommen einmal die Dark Wings, Legendary Backbling Unreleased, das kommt bestimmt, also kommt ohne Brunnen mit einem anderen Skin, obviously. Dann haben wir den Enforcer, der Enforcer ist der Roadtrip Skin, den wir bekommen, wenn wir Woche 7 Herausforderungen machen, die kommt ja morgen raus, dementsprechend ist das der Skin, den wir bekommen, finde ich besser als den Blockbuster Skin, wenn ich ehrlich bin. Dann gibt es hier mehr, weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, die ist auf jeden Fall neu, Legendary Outfit Unreleased, hier unten ist Interest aber total, aber das hilft uns nicht wirklich. Sieht interessant aus, sagen wir es mal so. Dazu gibt es auch einen männlichen Part, und zwar Muscha. Das ist auch ein Legendary Outfit, es gibt hier auch zwei Icons dazu, dementsprechend sind es die zwei, die können 100% zusammen. Und dann kommt was ganz Interessantes, finde ich, und zwar kommt Ravage. Und das ist ein weiblicher Raven Skin, und wenn ihr euch das so anguckt, dann ist es eigentlich ganz klar, dass dieser Ravage Skin diese Dark Wings hat, so wie zum Beispiel der Raven Skin den Backpack hat, also diesen Rucksack, also diesen Skelettkäfig in Anführungszeichen. Und ich muss sagen, mir gefällt dieser weibliche Raven Skin sehr, sehr gut. Ich habe damals den Raven auch gekauft, habe ihn gehypt, und mittlerweile finde ich ihn nicht mehr so nice, weil er einfach zu overhyped war. Aber ich bin ja sowieso immer so ein Fan von weiblichen Skins, und dieser weibliche Raven Skin hat was meiner Meinung nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, als nächstes haben wir Sashimono. Das ist ein Backbling, ein Legendary Backbling, das ist auch noch nicht rausgekommen, das ist alles heute eine Patch-Files eben gewesen. Also da haben sie diese ganzen Sachen rausgelesen. Ich gehe davon aus, dass der eben hier zu Hime oder Muscha dazu gehört, und der Shiro eben auch entweder zu Hime oder Muscha dazu gehört. Das ist auch ein Legendary Backbling, unreleased. Und man sieht einfach, dass wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, das Kätzchen, das ist ja so süß, dass eine Frau dazu gehört, und Shiro dann zu Muscha dazu gehört. Aber es kann auch andersrum sein. Dann haben wir Subjugator, das ist auch ein Backbling, es ist wie so ein Schild, Leute, wenn ihr Zombies mal gespielt habt, Black of Strait Zombies, oder Black of Strait Zombies, oder whatever. Ey, das erinnert mich voll an ein Schild, das man sich bauen kann, oder zum Beispiel Mob of the Dead, oder so. Dann haben wir Cloaked Star. Wenn ich genau hingucke, das sieht aus wie Save the World Hero, muss ich sagen. Und es ist auf jeden Fall ein episches Outfit, es ist noch nicht da draußen, und es sieht auch wie so ein Ninja aus. Auch von der Statur her, also bin mal gespannt. Ich hätte diese Ninja-Skins gerne in Battle Royale, muss ich sagen. Dann gibt es den Controller. Also das ist eine Pickaxe, die da rauskommt. Dann haben wir Dance Therapy. Keine Ahnung, wie da jemand aussehen will. Ich kenne auch so eine andere Seite, aber ich glaube, die haben die Sachen noch nicht drinnen. Wir können aber kurz mal gucken, Bibliothek, Lesezeichen, Fortnite All Skins. Ich glaube, die haben die neuen Data Minds Sachen noch nicht drinnen, leider. Ne, weil die haben das immer so cool, die haben da immer so eine Vorschau zum Beispiel. Zum Beispiel hier, die haben immer so eine Vorschau drinnen, aber die haben die Sachen leider noch nicht drinnen. Also bleiben wir einfach mal hier. Also die Dance Therapy, keine Ahnung, wie der Tanz aussehen wird. Dann haben wir Dreamflower und Far Out Man. Das sind beides so Hippie-Skins. Also ich finde das Konzept an sich echt cool, muss ich sagen. Ich bin nur gespannt, wie die dann wirklich aussehen im Game. Dann haben wir ein Ghost Portal. Das ist ein Backbling. Das sieht übrigens nice aus, muss ich sagen. Einfach wie ein Portal. Ich weiß aber nicht, wo das dazugehört, wenn ich mir so die Skins angucke. Da haben wir Hipshakers und Summer Strummer. Also diese zwei Backblings gehören hundertprozentig zu diesen Hippie-Skins, also zu Dreamflower und Far Out Man. Dazu, was zu was gehört, ist natürlich die Frage. Vielleicht gehört das Ghost Portal zum Cloaked Star, aber ich weiß es echt nicht. Sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall haben wir dann noch Intensity und Shake It Up. Shake It Up ist hundertprozentig so ein Hippie-Skill, äh Hippie-Tanz. Wir haben auch hier diese Shakes, Shake It Up, haben wir hier auf dem Backlink drauf. Und aber wie natürlich... Ach, wartet mal, Intensive. Ah, hier gibt es sogar schon ein Video dazu, guckt. Naja. So sieht auf jeden Fall der Tanz hier aus. Interesting, interesting. Also interessant, interessant. Aber von den anderen haben wir natürlich auch noch nichts. Nein, das ist auf jeden Fall der Tanz. Dann haben wir The Ace. Ich bin mir gerade... Ah, man sieht hier das Backbling. Okay, okay. The Ace. Also auf jeden Fall weibliche Skin. Da gehört das Swag Bag dazu. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Es ist auch wieder so Deep Rubber, aber hier sind irgendwie Geldscheine mit Lama drauf. Also auf jeden Fall gehört der Backbling zu The Ace dazu. Ja, wir sind alle überlegen, ob es halt jetzt von diesen Skydiving Trails bald neue Sachen gibt. Und zwar sind das diese Fallanimationen. Denn irgendwie kommen da immer mehr. Aber wie sollen wir die bekommen? Vielleicht kann man die bald im Shop kaufen. Und zwar gibt es hier Artefakt. Beziehungsweise, ich glaube, dass es bald ein neues PS4-Paket geben soll. Aber die können nicht alle dazu. Also, und zum Beispiel hier Dark Feathers. Das können wir noch prozentig zu dem neuen Raven Skin dazu. Also ich weiß nicht, wie das damit verbunden werden will. Weil ich glaube nicht, dass du es bekommst, wenn du zum Beispiel den Skin kaufst. Auf jeden Fall gibt es noch den Skin Backbone. Dann gibt es den Emote Kapurier oder so. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Cats Claw. Das könnte, äh, das Schwert hier könnte hier oben zu Hime und Usha dazu gehören. Dann Chopper. Ist ein neuer Skin. Dann haben wir Dark Feathers eben und Embers. Wieder diese Skydiving Trails. Dann haben wir Fancy Feet als Emote. Flappy. Flappy soll ein PS4-Plus-Gleiter sein. Sieht man auch an den Farben. Iron Break. Ja, ist eine Katze Raven. Oder eben, wie heißt die neue? Ravage. Könnt die Picklecks auf jeden Fall dazu. Dann haben wir Praise the Tomato. Keine Ahnung, was das ist. Aber es hat wahrscheinlich mit Tomatenkopf-Skin zu tun. Oder eben mit dem ganzen Zeug, weil man den ja jetzt aufrüsten kann. Beziehungsweise, äh, ihr habt das bestimmt im Shop gesehen. Den kann man jetzt, äh, customisen. Also, Road Flare kommt wahrscheinlich, äh, der Backblink kommt wahrscheinlich zu Chopper dazu, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt vor kurzem beim Sushi Master den ersten blauen Skin gehabt, der einen Backblink drauf hatte, so wie ich das gesehen habe. Also, dementsprechend hätten wir das immer bei Bright Bomber auch machen können. Dann gibt's, äh, Road Ready Backblink. Könnt bestimmt zum Backbauen dazu. Dann haben wir Frottle. Das ist auch eine Pickaxe. Tie Dye Flyer, wenn man sich den anguckt, das ist eigentlich ziemlich klar. Das ist, äh, so ein Hippie-Gleiter ist, der zu diesen Hippie-Skins dazu gehört. So, und dann kommen wir noch zu der grünen Section. Da haben wir Armadillo und Scorpion. Äh, ich würde sagen, die gehören auf jeden Fall zusammen. Wir haben Blaze den Gleiter. Aber ich finde die Flammen schon cool, muss ich sagen. Dann gibt's A Bucket. A Drumbeat. Ist, ähm, auch eine Pickaxe. Sieht auch irgendwie so hippie-mäßig aus. Helium ist ein Gleiter, der da kommt. Job well done. Also, ähm, wenn ich mir den E-Mod so angucke, dann ist das wahrscheinlich, äh, so ein Typ, also, beziehungsweise, äh, ein E-Mod, wo man sich so in die Hände reibt, wisst ihr? So, ah, ich bin fertig, hab ich gut gemacht. Ihr hört das jetzt, wie ich's mache, aber ihr seht das nicht. Dann gibt's den Gleiter, äh, Perfect. Per-fect. Äh, dann gibt's, äh, Rush. Ah, okay, nice, den sieht man hier schon. Okay, okay. Dann haben wir, wie gesagt, Scorpion, Amadillo, Slashed. Äh, je nachdem könnt ihr wahrscheinlich, naja, die Backblicks, weiß nicht. Warum gibt's hier Backblicks hier unten? Vielleicht gibt's bald so allen neuen Skin-Backblicks, die man, ähm, die man bekommt, wenn die Skins kauft. Das könnte natürlich was sein. Dann gibt's, äh, Steadfast. Wir haben, äh, Storm Salitation. Da gibt's auch schon, äh, ein Video dazu, wie das aussehen soll. Und dann haben wir natürlich noch, äh, Vintage. So, und das sind alle Items hier unten dann. Ja, Leute, in dem Sinne, das sind die ganzen neuen Skins, äh, die rauskommen, beziehungsweise die neuen Skins Pick Access und Emotes. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch einigermaßen gefallen und lasst mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren da, ob es irgendwelche Skins gibt, die ihr jetzt schon feiert, wo ihr wisst, oha, die muss ich mir unbedingt kaufen, wenn die rauskommen oder findet ihr alle eher meh und es ist nichts wirklich dabei, was ihr unbedingt haben wollt. Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Gucken und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Live-Stream und euch allen noch einen schönen Tag. schnellen Tag. Vielen Dank.